hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt das wort zum sonntag wenn man so will heute gibt es wieder einmal ein relativ spontanes video außer der reihe und zwar habe ich ja vor einiger zeit auf ein video aus der sogenannten red pill szene reagiert ja dass ihr im übrigen hier oben verlinkt findet oder alternativ in der infobox unter diesem video jedenfalls habe ich mich in folge dessen einmal etwas näher mit dem ganzen ja mit dem thema red pill beschäftigt und einige interessante parallelen zu meinen forschungen an der universität erkannt ja was ist denn da los denn was man beispielsweise in der red pill szene als one itis bezeichnet das deckt sich im wesentlichen mit der anima projektion in der analytischen psychologie aber ich werde es im folgenden dieses videos heute relativ einfach halten und wenn euch solche videos außer der reihe gefallen und ihr noch mehr davon sehen möchtet dann lade ich ganz herzlich dazu ein jetzt völlig kostenlos diesen youtube kanal hier zu abonnieren und auch die glocke zu aktivieren aber genug der vorrede es ist wichtig zu verstehen dass männer und frauen dass sie grundsätzlich anders lieben ja denn ein mann liebt eine frau dafür was sie ist und eine frau liebt einen mann dafür wer er ist oder werden kann das potenzial ja und ja mit anderen worten hat der mann also eine natürliche veranlagung zur idealisierung und die frau hat eine natürliche veranlagung zur opportunität und diese genetischen neigungen die sind wirklich durch zahlreiche studien empirisch belegt was vor allem die stolzen fanatiker des regenbogens gar nicht gerne hören mit ihrem sturen beharren auf primären sozialkonstrukten und eine solche ideologie darf sich meines erachtens auch in keinster weise in kindergärten und schulen etablieren aber das ist nur meine meinung und ja verdient auch eine tiefer gehende erörterung die hier und heute aber nicht gegeben werden kann so wie ich das sehe ja sind jedenfalls viele erziehungsprogramme und lehrpläne die sind inzwischen das sicherste verhütungsmittel geworden aber bevor es jetzt zu missverständnissen kommt metaphorisch gesprochen ist bei einer multiplikation ja weder der multiplikant noch der multiplikator allein ausschlaggebend und genau so ist bei der entwicklung eines menschen weder das genetische erbe noch die umwelt allein entscheidend denn es ist die wechselwirkung zwischen diesen beiden faktoren die das ergebnis bestimmt allerdings und hier muss man dann relativieren zeigt die forschung eindeutig dass vor allem die sexualität auf einer unbewussten ebene nach wie vor eine dominierende rolle ja bei der gestaltung des verhaltens respektive bei der partnerwahl spielt zumindest tendenziell in jedem fall lässt sich gegenwärtig das phänomen beobachten dass immer mehr frauen durch studium und karriere ja vor allem durch diese beiden dinge ja dass sie dadurch ihren sozioökonomischen status erhöhen und dabei aber nicht verstehen dass sie die männer damit nicht beeindrucken können weil männer nämlich auf andere dinge wie vor allem aussehen und natürliches weibliches verhalten achten ja relativ anspruchslos und die sogenannte hypergamie bei der frau führt dann dazu dass sie ihre ansprüche an einen mann nicht nicht senkt sondern gemäß ihrer biologie weiterhin unbewusst nach einem versorger sucht der ihren lebensstandard erhöhen kann ja und das auch wenn sie die frau im prinzip schon alles hat aber sie ist nun einmal in vielerlei hinsicht der perfekte konsument und sie hat so gut wie nie genug und in anbetracht dessen steckt auch viel wahres in der behauptung dass alleinstehende männer vor allem durchschnittsmänner dass sie sich dann irgendwann auf pornografische inhalte beschränken und alleinstehende frauen sich dann irgendein haustier als partnerersatz anschaffen denn für den mann kommt an ja oder für den mann kommt aufgrund seiner ja grob gesprochen fünf bis zwanzig mal höheren testosteronwerte die sexuelle befriedigung an erster stelle und für die frau die emotionale bindung ja aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist folgendes als mann muss man sich früher oder später der vom postmodernen feminismus verleugneten wahrheit stellen und sich seinen platz in der welt hart erarbeiten um nicht von der evolution aussortiert zu werden und bei einer frau geht es darum ihren naturgegebenen wert zu bewahren um einen guten ruf in der gesellschaft zu bewahren und der punkt ist hier aber dass in einer gesellschaft wo der feminismus dominiert eine ginozentrische gesellschaft wenn man so will ja dass in einer solchen gesellschaft die natürliche geschlechterdynamik unterminiert wird was langfristig zu schweren psychischen störungen sowohl beim mann als auch bei der frau führt wobei ich sagen würde dass die frau ja langfristig mehr darunter leiden wird spätestens dann wenn sie ihre blütezeit mit ende zwanzig anfang dreißig hinter sich hat und der natürliche ekel des mannes vor promiskuitiven verhalten bei der frau auf der sogenannten vaterschaftsunsicherheit gründet und die blütezeit des mannes beginnt heutzutage immerhin erst in seinen dreißiger jahren und eine frau jenseits der dreißig hat aus brennender leidenschaft oft schon dinge mit männern getan wogegen sich ihr potenzieller neuer verblendeter partner nur mit einer idealisierung schützen kann indem er sagt nein so eine ist sie nicht ist sie wohl in den meisten fällen mit anderen worten hat sie die frau ihren wert dann für eine langfristige beziehung verspielt und auf einer tieferen ebene weiß sie das auch wenn man in der psychoanalyse tief genug gräbt was dann auch vielen selbsthilfe gruppen völlig zuwider läuft wie ich meinen möchte wo in den ersten stunden nur der eigene wert betont wird ja du bist wertvoll bla 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 aber männer werden den wert einer frau immer an ihrer vergangenheit beurteilen ja aber wohlbemerkt es geht hier um den sexuellen marktwert nicht um den wert als mensch wichtig zu betonen jedenfalls befinden wir uns gegenwärtig in einer zeit wo man immer weniger sagen kann dass man und frau dass sie so leben wie sie von der natur geschaffen wurden und eine frage mit der ich mich im rahmen meiner forschungen beschäftige ist die frage ob die kulturelle evolution die genetische evolution verlangsamt ja mit anderen worten hat sich die biologie des menschen in den letzten jahrtausenden im prinzip nicht verändert fragezeichen und lassen sich viele psychische störungen auf kulturelle einflüsse zurückführen weil sie gegen unsere natürliche veranlagung stehen noch mal fragezeichen und hier kann man dann durchaus sagen dass die besagte red pill szene eine nicht zu unterschätzende relevanz in der diskussion hat ausrufezeichen oder ausrufungszeichen und wer vor allem als rationaler mann die natürliche dynamik zwischen mann und frau einmal wirklich verstanden und auch verinnerlicht hat der kann oft nicht mehr zurück zu seinen alten verhaltensmustern und es versteht sich von selbst dass man vor allem dass man ja vor allem den jungen heranwachsenden in vieler hinsicht tatsachen bewusst vorenthält so viel oder so wenig für das heutige video wenn euch dieses thema interessiert dann können wir das auch sehr gerne in zukünftigen videobeiträgen weiter vertiefen lasst mich das sehr gerne in einem kommentar unter diesem video wissen einstweilen vergesst nicht diesen youtube kanal zu abonnieren und auch die glocke zu aktivieren wie gesagt und einen daumen nach oben zu geben und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten video wieder ich wünsche euch alles erdenklich gute habt eine tolle zeit auf bald Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal